Es ist eine aufregende Gelegenheit, hier in Nurzuschlag zu gastieren. Zum ersten Mal durften wir hier die große 9. Sinfonie von Beethoven in der Bearbeitung für zwei Klaviere von Franz Liszt spielen. Das war sehr spannend für uns, zum ersten Mal so ein orchestrales Werk zu präsentieren. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020